ja hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit dem marcel und den stiwi hallo hallo so hier sitze ich im grubber der ist gut dabei glaube ja fünf minuten ist der durch eine lange bahn hat er noch ja der hat gerade die kühe transportiert dann würde ich gern im drescher rein weil wir haben ja so viele ernte missionen und wenigstens schon mal hinfahren lassen soll ich irgendwas bestimmtes ernten macht doch was wir noch nicht haben würde ich vielleicht sagen soja bohnen zum beispiel 76 und dann konnte man ja wieder hafer macht sich dort aber 28 66 ist aber größer sagte mir ja gut 66 so richtig groß ja sonst ist noch dinkel auf 49 aber denke was du ein bisschen haben oder nicht weizen soja bohnen hier fällt 21 ja man kann es ja mit irgendeinem anfangen wir werden ja glaube ich ihr alle machen schickt denn erstmal zu 21 das müsste ja bei dir in der nähe sein 21 21 ja fast so viel weiter südlich ach da unten fällt ja ich weiß beim klärwerk unten wo das klärwerk war im 17 wo 17 18 früher 17 18 war oder ja hier ist es richtig 17 18 oder so ist unterwegs also wenn wir da irgendwie mit dem helfer arbeiten wollen und den irgendwie nur selber abtanken wollen also können wir ruhig die weg den lkw mit den beiden wechselbrücken nehmen da passt zumindest für ein ja lasse ich jetzt auch schon mal runter von und diesen kleinen ballen die wie ich hier gerade mache wie viele mein zug drängen wir da auf die auf den anhänger alle ich meine 28 wären das maximum weiß jetzt auch nicht bei der größe hast du denn schon mal nehmen du hast man nicht aufgeladen deswegen frage ich habe ich meine aufgeladen runde macht dann würde ich vielleicht meine aufgeladen runde machen oder oder tut ja ich gucke gerade ob er mir schon aufgeladen eigentlich gar nicht einen drauf unten links auch immer der qualarbeit steht bei dem inspektor und drei drauf aber auch rund waren keine quaderballen ja ob der patch da nicht auch was gemacht hat da steht bei mir auch dreine bei mir ist gerade zwei drauf jetzt habe ich vier ja auch hier aber sie haben seit noch unten deswegen sage ich immer unten ich habe jetzt acht stück drauf glaube du kriegst sogar alle mit ist schon am ende bleiben zwei liegen ist doch immer so ja deswegen egal wie groß der ding es ist jetzt habe ich zwei vier sechs acht zehn zwölf 14 stück drauf und du hast noch ein bisschen was könnte vielleicht sogar noch mehr werden so jetzt bin ich bei der sämaschine sehen fällt bin ich denn jetzt 67 so das ist aber hafer wie sieht denn jetzt rocken aus rocken roggen das ist es richtig ja ups und das unkraut ist vom feld weg job erstellen bildposition ist hier davor aber wir fahren ja eh mit bahn an muss generieren fängt von ganz hinten an ja gut ist mir egal starten jetzt auf dem weg also der gruber ist fertig ja dann nehme ich den mal raus hatten wir denn noch ein feld ne also vorhin war es nur das einzige aber da kann man ja noch noch erntemission dazu keine ahnung wie jetzt der stand ist also es war mal die einzige mission kann ich auch abschließen und fällt 13 ist auch abgeschlossen gut dann kann er jetzt erstmal wieder zum bga nord ich glaube du musst aber zweimal fahren bei dem bahn glaube du hast mehr als 28 bahn oder also mehr als 14 auf jeden fall schon von den ballen kriegen wir auf unseren feldern aber auch richtig viele weil das ja doch ziemlich kleine sind so dann gucke ich mal dass ich hier fällt und 21 schon mal umfänge 21 ist jetzt ernten oder sie müssen die es ernten 67 war sehen und wieder die zackfälle vergessen das sind so sachen ich freue sich irgendwie nie nie ne also bei keinem fahrzeug ja ich bin da immer an usw tricksen das heißt am tricksen tricksen jetzt ein neues wort für vergessen ja job erstellen auf zwei vorgewände ja scharf ja im Uhrzeigersinn ja Kurs generieren und erster Wegpunkt gibt Gas so 28 Ballen kommen zu uns mehr gingen nicht drauf ne 100% steht unten ja bleiben wenigens mehr als zwei liegen dann lohnt sich das auf na der linie 5 sehe ich jetzt schon und eine hast du noch hinten drauf glaube ich sind schon mal sechs habe ich noch zwei bahn hast du noch die erste Anlieferung waren ja die Maschine ist zugange und hat vier Prozent also habe ich auch die richtige froh ja nicht dass du wieder am tricksten bist nee tricksten nur wenn keiner guckt 13 Prozent bei einer Bahn also schätze ich mal wird der einmal rum kommen Sojabohnen ist ja nicht so ertragreich ich glaube den sollten wir weg stellen das dürfte der grober gewesen sein ja ist er auch weil sonst kommt ja auch dein deine Ballenschleuder nicht vorbei aber die müsste da auch schon was hier sein oder ach da kommt sie würde schön einmal abladen und mir nochmal schicken jup vielen Dank oh man wir werden oder kriege ich da noch einen Ballen draus ne 94 Prozent und alles weg alles weg kein Fizzle mehr liegen ne ich glaube du kannst du nicht entladen ne so jetzt gucken wir mal ich fahr nochmal jetzt einfach rum und guck mal in den Gräben wo er am Anfang das Vorgewende gemacht hat ob da noch irgendwas liegt so die ersten wenn abgeschlossen schon fällt 30 war das ne aber gibt man noch nicht ab weil vielleicht brauche ich ja noch ein bisschen aber ich sehe glaube ich wirklich nicht wie viel bein hast du jetzt noch da liegen 2468 9 gut die können ja auch alle da die BGA uns gehört auch alle sofort rein 150.000 waren das jetzt schon mal kann das jetzt hier drin bleiben wir machen noch eh unser Feld weiter mit Gras ja klar ist also nicht verloren wir müssen das Gerät ja nicht abliefern aber ich glaube die haben was bei diesen Maschinen auch geändert weil früher war es so wenn du jetzt Gras in der Maschine angefangen hattest gab der dir zum auch wenn du dann Stroh gemacht hast dann als nächstes erstmal ein Grasballen raus und dann eben Strohballen und das haben sie glaube ich jetzt geändert dass du sofort ein Strohballen raus kriegst aber gut wir machen ja weiter Gras also könnte man das jetzt nicht testen aber ich meine so war das oh 67 hat schon 11 prozent ja du kommst einmal rum das ist gut dann brauche ich da nicht glaube du kommst auch an vorbei aber trotzdem werde ich den ein bisschen weiter vom Feld wegsetzen und man hat glaube ich jetzt bei Curseplay auch so ein ja wie soll man sagen so ein der kennt wohl jetzt auch andere Fahrzeuge oder andere Gegenstände wie zum Beispiel Bäume weil er vorher nicht erkannt oder nee teilweise ist er dann volle Kanne weiter gefahren Kollisionserkennung so jetzt also eine gewisse Kollisionserkennung wenn er Schwierigkeiten hat am äh Damm oder so oder an den Bäumen da fährt er dann schon mal ein bisschen langsamer bleibt nicht stehen also in den seltensten Fällen aber er merkt wohl da ist was könnte was im Weg sein fahr mal ein bisschen langsamer kommen ja jetzt auch nicht mehr so viele Neuerungen bei CP teilweise war ja an einem Tag zwei Updates ist ja jetzt nicht mehr so ich glaube die groben Schnitzer sind erstmal behoben wenn wir schon ne ne soll ich das mal einstellen ne 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 du kannst das mal einstellen gucken ob du wieder raus fließt und du kannst dann wenn du soweit bist auch fällt 30 abgeben ne äh ich bin soweit wenn du nämlich alle Ballen äh da weg geholt hast dann kannst du ja abgeben ja mach ich gleich also ich wäre soweit sogar wie gesagt ich würde 33 würde ich mit dem Ladewagen aufsammeln und dann im Fermenter reinhauen und äh das große Feld machen wir wieder Ballen dann würde ich einmal einen Ball noch fertig machen weil mir fehlen ja wirklich wenige Prozente ja ach so ja gut klar aber ich weiß nicht ob der das wäre auch ein Versuch wert ob der dann gären muss oder nicht weil die Silageballen die du ja von der Mission hast die brauchen ja nicht gern da musst du dann aufpassen ja vielleicht in der Zeit noch machen während die Mission noch nicht abgegeben ist könnte natürlich auch sein aber der wird ja feststellen dass das nicht von der Mission ist weil du auf einem anderen Feld bist aber einfach mal gucken dann wenn der nicht zu gern ist der Ballen dann würde es ja auch Sinn machen weil noch einmal weiter zu fahren um zu gucken ob der nächste dann auch nicht gern braucht kann ich mal machen aus spaß dann wissen was so Kursgenerierung hat funktioniert hat nur ewig gedauert mhm ich glaube der der Anmengers stört ein bisschen aber du solltest doch jetzt gleich sind wir eh vorbei auf die zweite bahn wechseln jetzt läuft er doch kann ich hier schon mal abtanken so ich bin jetzt da er macht das vorgewände ich habe schon einmal ein bisschen abgetankt die bahn kann ich ja wieder abliefern ja kannst du aber noch nicht den Anhänger abstellen weil dann kann man vielleicht einfacher den Ballen hier oder die beiden Ballen noch wegnehmen ach so die können können ich hab jetzt warte ich lass das ist die Ballen gären 0% das dürfte ja bei jetzigen nicht stehen ne bei unsern nicht also bei denen auf den Anhänger also merkt er quasi hast du noch Ballen da? ja lacht die mal zur anderen Seite an ne das wollte ich nicht zack die sind ja hier steht schon die Lage richtig er macht das nicht da ist erkannt so jetzt muss ich mal wieder gucken Arbeitsstellung zack kommst du den gerade abholen weil sonst muss ich dir aus dem Weg stellen ups ok die schippe ich mal an ja ich komm den irgendwo holen ja oh Gott wie viel ernten gibt es denn jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 11 haben wir jetzt schon ja so das war jetzt die Ballen Mission oh ich hoffe der Ballen da komme ich dran vorbei hab der eigentlich ein Stückchen weggestellt ja eigentlich ach du machst du hier nur ein Vorgewende ne? ja ja bei mir zeigt er jetzt auch ein Quaderballen an komischerweise ob das auch durch den Patch passiert ist eigentlich ja nicht so wichtig aber ein kleiner Schönheitsfehler mal gucken ob der das auch bei den anderen Ballen anzeigt vielleicht hat es ja auch noch mit der Ballenpresse was zu tun so den muss ich ja erstmal an der Seite stellen ja der braucht jetzt ein bisschen aber ja dann ja mit dem ich ja jetzt jetzt da was macht er jetzt hier z ja da sagt sagt er auch faderballen also hat es mit dem mod schon mal nichts zu tun könnte durch ein patch passiert sein ja gut aber hauptsache es funktioniert was ja ja unten steht es ja egal richtig also ich würde jetzt hier mit dem ladewagen das gras auf sagen oder das ist noch eine andere aufgabe für mich und ich bin gerade hier die noch eine ladung von unseren silage bahn in die bga damit die dann wieder voll ist na jetzt geht auch das moment nicht mehr mit hilse die mittel runter na ja ist nur bei gras relevant also für die kurven ist der ladewagen schon echt teilweise ein bisschen zu groß aber gut da muss ich die kurven später einfach noch mal fahren er ist fast voll und das reicht und im prinzip müssen wir feld 30 dann eigentlich einmal kaufen mit dem striegel drüber gehen und dann wächst es wieder neu an ja wir haben so viele missionen ja wahrscheinlich lohnt sich das wenn man dann zwei drei felder macht sich dann eben das geld leid im lauf des tages dann die sache macht und dann wieder abgibt wie sieht es bei uns geld technisch überhaupt aus wir haben noch ein paar also haben wir auch jetzt sehr wenig verkauft aber wenn du leichtes plus haben wir letztes mal gemacht obwohl wir auch einiges gekauft haben dann wo ist der fermenter oder was genau ist der fermenter fährst du direkt eingang bei dir der braune wenn du vom feld runter kommst rechts ok habe ich direkt dran da musst du dann vielleicht nur wenn die erste lieferung einmal anschalten dass der aus gras silage macht weil ich machen zurzeit macht er aus heu silage geht es euch das dann ausstellen mit heu oder ne lass ruhig an da haben wir genügend so viel brauche ich nicht mehr wir haben auch noch nicht 1000 kühe aber auch silage schon 750.000 richtig und die bga verarbeitet ja nicht wobei ich von der bga wirklich enttäuscht bin also von den werten also wir kriegen mal wenn die komplett ganzen tag durchläuft nur 100.000 und das finde ich sehr wenig da gab es im ls 19 weit mehr da hast du dann ja ich mal am tagesende 4500 1000 gekriegt und das war immer so ein geld schub aber das ist nicht too much wenn du 1,5 investierst ja gut aber das ist ja mal so eine sache ne ja klar wenn nur 1,5 millionen hat die gekostet und wir machen jetzt gut wir setzen natürlich was ein aber was würde denn was würden wir denn bekommen wenn wir diese silage bahn verkaufen würden ein bisschen schieten wäre oder was heißt schieten bisschen nutzen wir das spiel auch aus indem wir jetzt ja solche missionen machen die uns ja noch zugute kommen ja gut aber das da können wir ja nichts zu das hat ja quasi giants verbockt gut wir sind ja aber wir haben ja auch ganz bewusst so gestartet dass wir gesehen haben bei missionen die sagen bga nord ja aber das kannst du mit allen machen das kannst du mit der getreidefabrik machen und so weiter und so fort die dann auch für die mission benutzt werden noch können so ungefähr beim nächsten muss ich abtanken sonst und wir können ja mal schauen silage deswegen wäre gar nicht mal schlecht wenn ich mal schauen würde silage hier wir kriegen pro 1000 liter bis sagen wir 300 euro pro 1000 liter wenn wir die bei bga verkaufen würden und man muss halt hoch rechnen wenn wir sagen wir mal 100.000 pro pro tag kriegen dann sind das 100.000 durch 300 rechnen durch 300 ist das richtig das werden dann 333 ja man müsste eigentlich rausfinden wie wie viel silage verbraucht die am tag das kann man auch sehen mit den zyklern oder nicht ist das nicht dass man muss jetzt hier erst mal abtanken und was kriegen wir für geld also 100.000 ungefähr noch niemals 96 jahr und ob man dieselage ball nicht besser verkaufen kann und nicht dadurch strom gewinnt wie wir jetzt einnahmen generieren das ist ja quasi eine stromgewinnung aber macht natürlich auch sehr wenig arbeit und wir können halt doppelt geld verdienen sagt man eben durch die mission jetzt man war eigentlich auch noch nicht mal wieder bei der bga süd ob die mittlerweile leer gelaufen ist weil die hatten wir ja auch richtig vollgepackt mit den ganzen missionen die wir mal gemacht haben war auch schon lange nicht mehr da gewesen da muss man denn wie voll die ist ja und einem das nicht gehört eigentlich nicht könnte man höchstens in den trigger reingucken ne bist du da ein bisschen bisschen mehr ausholen ja weil da steht was im weg wird eigentlich das fahrgerät weggestellt ja aber wenn du da nicht vorbeikommst also so liebe leute das war es schon wieder von dieser folge ich hoffe es hat euch gefallen ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der nordfriesischen marsch mit dem marcel und den stevi tschau 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 tschau